Das Objekt der Begierde. Der Siegerpokal der Champions Hockey League. Letzte Saison war der EHC Red Bull München schon ganz nah dran. Erst im Finale mussten sich die Münchner dem Rekordsieger Frölünder Göteburg geschlagen geben. Deshalb heißt es für EHC-Trainer Don Jackson und Stürmer Philipp Gogulla, heute erstmal nur schauen, nicht anfassen. Die nächste Chance auf den Pokal beginnt dann schon kommenden Donnerstag. Wir sind jetzt in der Vorbereitung und die Vorbereitung geht jetzt langsam vorbei. Das sind natürlich diese wichtigen Spiele, die wir jetzt natürlich auch direkt haben. Da wollen wir uns natürlich direkt gut positionieren. Natürlich haben wir jetzt zwei schwere Heimspiele, aber die wollen wir natürlich gewinnen. Wir wollen, wie gesagt, sehr, sehr gut in dieses Turnier starten. Wenn wir dann die Gruppenphase überstehen, dann wollen wir natürlich mehr. Das ist letztendlich dann natürlich der Sieg. Die Champions Hockey League geht bereits in ihre sechste Saison. Der EHC Red Bull München ist zum fünften Mal dabei und hat vor allem in der vergangenen Saison Eindruck hinterlassen. Nach den drei tollen Meistertiteln hat man letztes Jahr dann auch europäisch für Furore gesorgt. Sensationale Spiele im Viertelfinale, Halbfinale, auch das Finale ja lange offen gestaltet. Klar sind es immer so acht bis zehn Mannschaften, glaube ich, die zum engeren Favoritenkreis gehören. Aber ich glaube, München und auch Mannheim haben sicherlich eine gute Chance, da wieder mitzureden. Wir wollen natürlich einen super, super Wettbewerb spielen und wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe. Da müssen wir uns durchsetzen und dann geht es in die K.O.-Spiele. Und natürlich will man diesen Pokal gerne auch mal in den Händen halten. Der Gegner im ersten Gruppenspiel der Champions Hockey League am kommenden Donnerstag ist der Schweizer Club HC Ambre Piotta.